Also, wie heißt du denn? Ich heiße Ian. Und was macht ihr mit euren Freunden so in der Pause? Fußballspielen, ein bisschen Platte halt so. Und wie funktioniert Platte? Also, man schlägt, jemand hat Aufschlag, wenn er mit links hat man einen zweiten und man muss halt immer auf die gegnerische Platte und wenn du den Ball nicht kriegst, bist du raus. Bock uns zu zeigen, wie das geht? Los geht's!